Hallo alle miteinander. Dämmt die Aufregung. Das letzte Video, das war wieder so ein typisches Segeluhren-Bob-Ding. Habe ich wieder nicht richtig kontrolliert, wie die LEDs hier zusammengeschaltet sind. VEB, Johannes, liebe Grüße an dich. Du hast es erfasst. Hier sind nicht alle LEDs in Reihe. Das sind immer Dreier-Packs, die parallel sind und die sind dann immer in Reihe. Und dann kommen wir natürlich auf die Spannung, die da angegeben wurde. Also läuft doch alles mit normaler Physik ab. Das nur als kurzes Update. Sorry dafür.